Die Magie der Freundschaft, es war einmal im Land Equestria, wo Twilight Sparkle ein großes Festival in Ponyville organisierte. Sie war aufgeregt, aber auch gestresst. Ihre Freunde, Applejack, Rarity, FlutterSH, Psylon, Pinkie Pee und Rainbow Dash, wollten helfen, sie beschlossen, gemeinsam zu arbeiten. Applejack schlug einen Kuchenwettbewerb vor, Rarity wollte schöne Dekorationen machen und FlutterSH, Psylon, brachte Tiere mit. Pinkie Pee hatte lustige Spiele und Rainbow Dash plante eine Flugshow, Twilight versuchte, alles alleine zu machen und wurde schnell müde. Ihre Freunde erinnerten sie daran, dass sie da waren, um zu helfen. Gemeinsam bereiteten sie ein wunderbares Festival vor, am Festtag strahlte Ponyville vor Freude. Die Kuchen waren köstlich und alle hatten Spaß. Twilight erkannte, dass die wahre Magie in der Freundschaft lag und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ende